Neues Setfoto von The Lodge. Lina Larissa Strahl ist in der zweiten Staffel der britischen Disney-Serie mit an Bord und hat ihre Fans mit einem Foto vom Set versorgt. Darauf sieht man die Schauspielerin mit den Stars der Serie, Josh Sinclair Evans, Jaden Reverie und Jade Aline. Lina verstärkt das Team für einige Episoden der anstehenden zweiten Staffel, die in Großbritannien im Juni an den Start gehen wird. Wie sich die 19-jährige wohl in einer Englischsprachenserie schlagen wird? Wir sind schon ganz gespannt und freuen uns schon riesig auf die neuen Folgen mit Lina Larissa Strahl.